Ihr müsst auch mal zum Auswärtsfahrten mitkommen. Das macht einfach mal verdammt Laune. Dort sind die Leute, die richtig Spaß haben, wo richtig mal eine Party abgeht. Leute, dieses Jahr haben wir mit 500 Mann bei 10.000 Zuschauern das Heidenheimer Stadion zum Kochen gebracht. Ein Spiel in Heidenheim. Das vorrangige Ziel ist nicht der Fußball, sondern das vorrangige Ziel. das sind ja alle, ist der Konzern. Zu werblich, zu nah an dem Red Bull-Logo und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann erstmal ohne Logo zu spielen. Für mich sind die Personen in diesem Stadion oder allgemein in diesem Konstrukt für mich beliebig austauschbar. Das ist kein Herz, keine Emotion, nichts. Fußball spielt dabei auch überhaupt gar keine Rolle. Deswegen verachte ich dieses Konstrukt auch vom Grund auf. Und jeder, der dieses Konstrukt unterstützt und dazu steht, der fordert das Konstrukt und der fordert auch die Zerstörung des Fußballs. Für die Leute habe ich deshalb einfach noch verachtet. Die werden niemals, niemals auf diesen Stand kommen, was in Cannstatt und Korb erreicht hat und erreichen wird. Niemals. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018